Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Generations-Let's Play. Ich dachte, wir machen heute noch eine Folge hier und dann erscheinen die wieder etwas seltener, weil wir mit der Familie nicht ganz so oft spielen im Moment. Und ich wollte aber heute gerne den Geburtstag feiern von der Valencia und später mal von der Enya. Aber die ist jetzt noch nicht dran. Valencia ist heute aber schon dran. Ja, unsere kleine Valencia ist gerade noch zur Schule und der Opi wird dann schon mal einen Kuchen für sie backen. Den kommt ihr dann am Nachmittag wieder heim. Mache doch einen Hamburger Kuchen, der sieht lustig aus. Was hat die Hunde denn? Ach, ihr spielt. Oh, ihr seid schon wieder dreckig. Okay, Noah, du bist jetzt fast ausgeschlafen. Du könntest schon mal hier auffüllen. Ja, er ist traurig, weil jemand gestorben ist, der er kannte. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kannte diesen Sinn nicht. Baden. Ja, warte mal, die Bälle, die ist ganz dreckig. Na toll, und Klova sitzt ja auch in der Pfütze. Hast du dich da gerade hingemacht, oder wie? Räumt der Opi dann auf? Der Knorr, mal schauen, eines von euch. Der beschläft doch ein bisschen. Sie ist nämlich gerade erst ins Bett, weil die Enya die ganze Nacht wach war. So, das Essen haben wir in den Kühlschrank gestellt. Ja, schön machst du das, Lüschchen. Oh ja, kosten müssen wir auch von dem Tag, der ist lecker. Lecker Kuchen, oder? Okay, Noah, du bist so traurig für jemanden, den du maximal flüchtig gekannt hast. Oh, tu mir die Bälle baden. Ist ja nicht so, außer würde ich zweimal am Tag baden müssen, weil du immer dreckig bist. Das ist mir brav. Und jo, so eine brave Bälle, mit dem Halsband sogar, hast du nicht ausgezogen. Ja, nach dem Baden holst du dir doch mal was zu essen. Der Kuchen, ja, nicht anfressen, Lüschchen, ich dachte schon, er hat den jetzt schon... Nein, 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 nein. Hier kommen schöne Geburtstagskerzen drauf. Es ist doch in der Mitte, ist es nicht in der Mitte, hier. Das ist aber in der Mitte, ja. Mach Kerzen drauf, damit niemand das essen kann. So, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis Valencia heimkommt. Oh, die Debbie muss zur Uni. Oh je, ich habe nichts in letzter Zeit mit der Uni für sie gemacht. Das muss ich dann noch machen, nach der Aufnahme. Dass sie da nicht durchfällt, weil sie hat nur noch ein Semester vor sich. Ja, Knoa ist erstmal was. Lüschchen hat jetzt nichts zu tun. Dann kannst du doch zu Elia gehen, dann kann nämlich die Debbie schlafen. Debbie ist wach. Ach ja, sie muss zur Uni. Genau, hab ich ja gerade vergessen. Ach, du bist sogar schon hier, bist du schneller als ich. Ja, dann tu doch hier mal nach der Kleinen schauen, oder? Nach solchen Szenen. Was hat Elia denn? Hunger. Und Hygiene geht auch nach unten. Das ist bestimmt die Windel wieder voll, oder? Ja, hier haben wir die Elia. Oh, an sich drücken. Aber das mag sie nicht so. Tu mal die Windel wechseln. Wir haben hier diesen Gurt dran gemacht. Schaut ihn euch an, hier. Ja, wechsel doch auch gleich mal. Ach, du fütterst sie, ist okay. Sie sah jetzt aber nicht gerade so glücklich aus. Ich frage mich immer noch, wo sie die roten Augen her hat. Er nimmt sie immer weg, die Flasche, und sie schaut dann so treu von wegen, ähm, wieso nimmst du mir die weg, darf ich nicht essen? So, schön gegessen. Machst du noch Bäuerchen? Oh, da kann der Blubberblase raus. Ja, du wirst dich gerne gehalten. Da musst du durch, liebe Enya. So. Wechseln wir deine schöne Windel. Aber die ist nicht angegurtet. Okay, also wird das Baby anscheinend nicht gefesselt. Oh, hat sie dich angepieselt? Oh, Beschützerinstinkt. Ja, deine Enkeltochter. So. Sie könnte mal waschen vertragen. Oh nein, mach mal zusammen Bauchzeuge bringen. Ich wollte das schon immer ausprobieren. Ich hab's aber immer vergessen. Mach das mal. Jetzt, wo wir Zeit haben. Oh, Omi schaut auch nach Enya. Wir sind schon dabei. Oma. Opi macht. Oh, sie ist hingefallen. Achso, er dreht sie einfach nur. Das ist aber nicht zusammen. Oh, sie will nicht. Ach, Enya. Oh, jetzt sieht sie glücklich aus. Oh, wie niedlich. Muss ich Fotos machen. Ja, jetzt lächelt sie auch. Wie schön. Oh, jetzt weiß ich schon wieder. Ah, ich glaub, sie soll sich drehen, oder? Aber ich dachte, sie kann sich drehen. Sie dreht sich doch auch immer selber. Okay. Oh, jetzt sieht sie sehr glücklich aus. Schaut sie euch an. Hier, die kleine Maus. Oh, ich finde das so traurig, wie sie den Kopf da so hinmacht. Oh, er hat sie gedreht. Müll leeren. Ja, mach das. Oh, die ist müde. Hast du nicht richtig geschlafen? Ja, warte. Papa ist eh gerade hier. Der kann dich jetzt mal in den Schlaf bringen, oder? In Arm wippen. Machst du das mal? Er hat heute freigenommen. Der Knur, der Papa. Ja, und rasieren müssen wir dich wieder, Knur. Oh. Oh, wie schön. Oh, jetzt weint sie. Ja, die will ins Bett. Warte, nicht das, was sie absetzt. Du kannst sie in Schlaf legen. Oh, die Lampe geht ja ins Bett hier rein. Das müssen wir dann mal machen. Ja, legt die kleine hin. Und jetzt müssen wir noch in Schlaf spielen. Nein, nicht putzen. Schlaf lädt. Funker, Funker, kleiner Stern. Schaukel hier doch kurz, bis sie eingeschlafen ist. Oh, und schon ist sie eingeschlafen. Das geht schnell. Ja, geh aufs Klo, Knur. Das ist heute frei. Du musst dich nicht scharf hetzen. Und du bist hier wieder hier unten. Mach doch einfach blitzeblank drauf. Kann man das auch bei dem machen? Nein. Staubsaugen. So. Valencia ist wieder da. Und es hat gute Noten. Das ist sehr schön. Kleine. Wenn Opi da fertig ist, dann gehen wir mal alle hier hin. Enja schläft doch gerade. Okay, du hast nicht richtig gesaugt. Egal. Kommt alle mal hier hin. Du auch, Valencia. Du kannst nachher duschen gehen. Abfeiern. Nein, du gehst nicht ins Baumhaus. Hallo, Debbie. Und du sitzt hier mal kurz, Valencia. Valencia, Geburtstag. So, jetzt sind alle da. Oma, Opa und Stiefenmama und Papa. Ah, kannst du ja nicht die Kerzen auspusten? Aber nicht, dass jetzt hier jemand von euch das macht, oder? Mach mal abfeiern bei Debbie weg. Doch, jetzt geht's. Papa träumt da irgendwo in der Gegend rum. Ja, wir haben aber auch schöne Fenster hier in unserem Wintergarten. Und der Papa hier vorne. Die anderen sind schon wieder gegangen. Hallo. Oh, jetzt hab ich's verpasst. Aber egal, wir haben sie ja gesehen. Ich hab noch kein Foto davon. Schön, dass ihr zwei so feiert hier. Die Mädels sind abgehauen. Debbie ist irgendwie so scharf auf das Baumhaus. Verspielt ist sie auch. Vielleicht, weil sie schon verspielt ist. So, ich schick sie mal einkaufen. Wir brauchen ja gewisse Dinge, die Erwachsene so brauchen. Und er ist immer noch traurig. Valencia, du bist hier draußen. Ja, gehst du den ganzen Weg bis da nach draußen, obwohl im Flur Platz ist. Und der Küche eigentlich war auch genug Platz. Aber nein. Ah ja, wir können ja mal so Binden kaufen, wenn wir brauchen. Die Pille und das. So. Reicht sicher ihr ganzes Leben jetzt. Ach so, und jetzt fährst du mit dem Fahrrad, weil es zu weit ist, oder wie? Schaffst du's, Valencia? Obbel spielt hier. Na, na, nee. Und Lucien. Nein, hört auf mit diesem Müll. Ständig wollte ich den Müll lernen. Obwohl da kaum was drin ist. Überlehr's ja mal, dass du da nicht im Müll spielen sollst. Ach, jetzt hast du Fahrrad wieder weggetan. Okay. Bestreben. Ja, sie ist Teenager. Ich würde sagen, wir nehmen ein Teenager bestreben. Zielorientiert. Ich glaube eher nicht. Dramalarm. Sie wünscht sich Drama. Intensives Leben. Bewundernde Ikone. Will sie Drama? Vielleicht eher intensives Leben. Dass sie so eine Partyphase hat vielleicht. Das haben ja die meisten Teenager. Oh, das haben wir ja noch nicht so richtig gespielt. Und ein neues Merkmal. Wir haben Kreativ. Ja, was nehmen wir denn da? Partylöwen könnten wir nehmen. Partytricks aufführt. Hm. Ja, wäre zwar auch mal interessant, das zu haben. Doch, ich nehme mal Partylöwen. Wir können sie dann wieder wegmachen, wenn sie kein Teenager mehr ist oder als Erwachsene. Oder vielleicht bleibt sie es auch. Das wissen wir nicht. Ja. Wenn ihr eine andere Vorstellung von ihr habt, dann lasst es mich gerne wissen. Hui. Ah. Sie sieht irgendwie genauso aus wie vorher. Nur älter. Genau. Geht sich ausheulen. Ja. Obwohl du die Person nicht mal kanntest. Malani ist ja im Aufräumzwang. Wieso ist denn Klober dreckig? Komm weg mal die Klober. Du kannst sie baden, Alani. Wach auf, Klober. Wir wollen nicht baden. Hier pflege. Ist das unterfreundlich? Zu Paarung ermutigen. Mit wem denn bitte? Henry. Wer ist das? Nein. Warte, wir wollen doch... Na gut, wir machen sie bei der Badewanne. Dann halt nicht baden. Die Klober. Die hat wahrscheinlich auch im Müll gespielt heute. Gewürzfestival. Nein, gehen wir nicht hin. Klober ist steindreckig. Äh. Ich styleweilen sie dann natürlich um. Also keine Angst. Ich wollte nur jetzt die Folge noch ein bisschen machen. Und dann am Ende werde ich dann das Umstelling machen und euch das hinten anfügen. Für alle, die es interessiert, so halt im Schluss. Wenn wir eh schon fast hier am Ende sind. Ach, Valencia, dein Papa ist traurig. Tröste ihn. Joa. Sie liebt ihren Papa schließlich über alles. Sie vergöttert ihn. Familie-Mitglied nachmachen. Haha. Aber sie liebt natürlich auch ihre Mutter über alles. Ihre Mutter ist ja ihre persönliche Heldin. Der Papa natürlich auch, aber auf eine andere Weise. Helfen, schlechte Beziehung zu kippen, Simon. Der ist ein Geist. Ja, okay. Wir machen es aber, weil das eine Verfliktlösung gibt. Witz über Familienerbe machen auch. Obwohl er traurig ist. Überfolgende Party reden. Nach Stimmung fragen. Maximal. Äh, ihn. Über Träume reden. Ja, Kanua ist ein junger Papa. Aber er hat sie ja auch schon als Teenager bekommen. Ja, da wird der Kanua jetzt ungefähr 30 Jahre alt sein. Hat ein Baby und eine Teenager-Tochter. Schüttelt euch die Hände? Ach so, okay. Ich dachte schon, was soll das, ihr seid verwandt. Ja, mit Papa Zeit verbringen. Kannst du ihn auch betrösten? Freundlich. Beste Freunde werden. Ja, ihr müsst beste Freundin sein. Oh, Papa wird getröstet. Ja. Oh, wie schön. Ui, du hast aber ein gesundes Lachen, du. Ja, Valencia. Willst du mal baren gehen? Oh, dann sehen wir deine Flosse. Sie ist eine Melio-Frau. Stimmt. Wir kommen mit. Wir wollen dann eine schöne Flosse sehen. Ui, eine blaue Flosse. Das ist aber schön, die Flosse. Keine Ahnung, wo sie die her hat. Nalani hat eine grüne. Und der Papa, der glaube auch. Das ist schön. Du gehst auch duschen. Ja, ist okay, wenn du das machst. Was macht Nalani? Ach ja, Deppi war einkaufen. Du bist hier oben. Was hast denn du mit diesem Baumhaus? Warte, du warst doch jetzt sowieso einkaufen. Schau mal. Weil du musst nach der Uni machen. Dann hast du keine Zeit mehr. Packer mal die Box aus. Auspacken, auspacken, auspacken. Wie viel habe ich da gekauft? Ja, und so eine Packung kriegt Valencia schon mal. Schließlich war es wie ein Unfall. Wir wollen das nicht wieder. So. So, und jetzt, wo wir wieder gewisse Dinge haben. Schau mal. Ihr habt schon lange keine... Oh, Heiranzentra kann sie machen. Wie süß. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit überhaupt heiraten. Vielleicht heiraten sie auch einfach nicht. Sechstelmöchel im Baumhaus. Die Eltern müssen das auch ausprobieren im Baumhaus. Ja, weil die Großeltern haben das ja auch schon getestet. Hallo. Wieso hast du es jetzt rausgenommen? Müssen wir nochmal klicken. Romantik. Flirten oder so zu flirten? Nein. Koppel ist schnell. Im Baumhaus. Ja, verbringt man ein bisschen Erwachsenenzeit. Ihr beide habt schon lange nicht mehr so richtig was zusammen gemacht. Und ja. Debbie war jetzt lange krank. Wieso geht das nicht? Weil Debbie da oben ist. Oh, Knoa hat Bauchschmerzen vor Lachen wegen Spaßvögel-Dynamik. Ah, das ist ja dieses Neue. Wenn sich Knoa mit einem anderen lustigen Familienmitglied in einem Raum befindet, sind Lachkrämpfe vorprogrammiert. Er muss bereits kichern, wenn er nur an ihre Inselbewinze denkt. Oh, wie süß. Echter Schatz. Weil über einen Meilenstein nachgedacht hat. Ein Leben voller Freunde ist ein gutes Leben. Und Knoa hat mit den Jahren viele Freundschaften geschlossen. Ach, irgendwie geht das nicht. Debbie, dein Liebster, der will irgendwie gerade nicht. Wo ist er? Oben. Der war duschen. Genau. Müssen schon wieder Wäsche machen. Ich komme da irgendwie gar nicht hinterher. Ich weiß nicht, wieso. Textelmöchle im Baumhaus. Valencia badet hier in der halben Ewigkeit. Aber sie kommt voran. Okay. So, die Omi hat gerade nichts zu tun. Dann die Wäsche ist saubig und trock. Dann tust du sie hier rausnehmen. Und der Opilein, der könnte staubsaugen. Ja, aber legst du den Müll halt schon wieder hin. Den kannst du später aufrein. Wir sitzen hier bei Debbie aus. Achso, du hast deinen Mann hier noch nicht erreicht. Okay. Wo ist denn der? Der ist oben. Stimmt. So, Valencia ist fertig. Noch mehr Wäsche. Dann Kanellani. Na, wie wär's? Du und ich im Baumhaus? Ja, das sagt er natürlich nicht. Nein, das dachte ich mir schon. So, dann tut mal diese Wäsche jetzt in den Trockner. Und Fusselfilter müssen wir mal reinigen. Der Opa hat jetzt aber gar nicht gesaugt. Komm, Buschchen. Dann wenigstens hier. Perfekt staubsaugen. Wäsche trocknen. So, jetzt müssen wir noch die Wäsche zusammensaugen. Na, nicht aufheben. Wir tun einfach mal Wäsche machen. In Waschmaschine stecken. So, jetzt sammeln die nämlich alles ein. So, und hier liegen wieder Pupus rum. Der Knur ist noch unterwegs. Die Debbie ist schon dort. Ja, Debbie kann es hier kaum erwarten, wie es aussieht. Hä? Achso, 20. Ist denn hier so eine Strichliste? Warte schon immer da. So, ja. Jetzt leuchtet es hier schön. Wir haben ja Beleuchtung, stimmt. Wie sieht das eigentlich aus? Jetzt muss man schauen. Sieht man die Sims hier drin? Keine Sorge. Man kann hier nichts Schlimmes sehen. Das ist ein familienfreundliches Spiel. Nee, das ist ein unsichtbar. Weil wenn man beim Bett zum Beispiel schaut, dann liegen die dort und machen nichts und machen einfach nur die Geräusche. Das sieht immer so lustig aus, deswegen. Nee, aber da ist es wohl nicht so, dass die sich dafür stecken. Die werden sogar richtig ausgeblendet, wie es scheint. Und das ist immer so lustig, diese Mechanik da. Ja, also keine Angst, da kann man nichts sehr Schlimmes entdecken. Das ist kein solches Spiel. Um Rat bitten. Nein, Valencia. Du hast Hunger. Ja, dann nimm dir doch was zu essen, Liebes. Hier, Reste nehmen. Es gibt doch da noch genug Essen. Und die Kuchen schmeißen weg, sind es weiterhin alle rund. So, hier ist doch Essen drin. Reste nehmen. Achso, weil der Opi zuerst im Kühlschrank ist, okay. Aber jetzt Reste nehmen. Ja, und dann gehst du ins Bett, wenn du da gegessen hast. Oh, mit der Valencia kann man dann auch zur Schule gehen. Vielleicht spielen wir mit der Familie. Ich habe, ich glaube, sowieso geplant, alle zwei Wochen zu spielen. Das haben wir früher auch immer so gemacht und dann eine Zeit lang nicht mehr. Aber das hat jetzt seine Gründe. Und jetzt habe ich sowieso vorgehabt, dass wir wieder mit ihnen öfter spielen, so alle zwei Wochen. Kommt eine Folge, denke ich mir, das ist okay. Kenor, was machst du da? Ich hätte ja auch gern für jedes Let's Play momentan eine Folge pro Woche, aber ich schaffe im Moment nicht mehr als zwei. Ich glaube, die... Achso, du bist nur unzufrieden. Okay, ich dachte schon, sie hat eine Blasenentzündung. Nee, alles gut. Und Kenor hat hier Freiluft-Affäre wegen Tesselmessel im Baumhaus. Kenor könnte Bäume ausreißen, nachdem er völlig nackt die frische Luft genossen hat. Ein Tesselmessel in der freien Natur kann das Liebesleben eines Sims ganz schön in Schwung bringen. Naja, in der freien Natur war es jetzt auch nicht unbedingt. Das war ja in einem Haus drin. Ach, wenn es nur ein kleines Häusern ist. Aber okay. Okay, wenn es dir gefallen hat, das ist natürlich schön. Jetzt kannst du die Vorzüge auch vom Baumhaus. So, und die Omi geht nachher ins Bett, oder? Und der Opa, der ist auch müde. Nee, du kannst nicht im Baumhaus schlafen. Geh hier auch schon mal ins Bett. Dauert sicher nicht lange, dann ist die Ende wieder wach, weil die Tagsüber wieder geschlafen hat. Oh, du bist ja ein Nachricht schreiben vom Familiendings. Da können wir ja auch die Ausgabezeit erhöhen, weil Valencia jetzt ja älter geworden ist. Ähm, wir machen auf 23 Uhr, ist ein bisschen zu spät. 21 Uhr! Ja. Jetzt, wo sie Teenager ist, wird sie sich schon mal ausgehen wollen ab und zu. Und sie hat immer noch keine Freunde außer den einen, den wir mal eingeladen haben. Da musste sie sich dann zwangsweise anfreunden. Wir müssen mal mit ihr Freunde suchen. Wir gehen dann mit ihr zur Highschool beim nächsten Mal. Jo, da liegt ein Hamburger rum. Was heißt denn du, Belle? Du bist schon wie der Steindrecke. Ja, du hast auch in Müll gespielt. Müssen wir dich schon wieder baden nach oben. Ja, aber dann werde ich diese Folge an der Stelle beenden. Wir haben den Geburtstag von unserer kleinen Valencia gefeiert. Unsere Enya hat noch ein kleines bisschen Zeit. Oh, sie hat einen Meilenstein auch gerade erreicht. Meilenstein in den Stand ziehen freigeschaltet. Zeig. Geht das hier drin? Kannst du aufstehen, Enya? In den Stand ziehen. Das wollen wir jetzt noch sehen, bevor wir gehen. Ah, wie schön. Enya kann stehen. Wie niedlich. Und sie freut sich. Jo. Und jetzt weinst du wieder. Ich will hier raus, gell. Jo. Ui. Ja, es ist geschafft. Du kannst gleich raus. Oh, sie macht's nochmal. Und der Papa sieht es zum ersten Mal. Ja, Kenua. Freust du dich? Hat er jetzt da was bekommen, weil er das gerade gesehen hat? Nein, aber er hat reagiert. Und ja, du könntest dich ja mal kurz um sie kümmern, oder? Ach, soll ich ihn sehen. So, aber wo war ich? Ja, ich beende die Folge an der Stelle. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Valencia in der Schule, denke ich mir. Und demnächst dann auch mal der Geburtstag von Enya, wenn sie zum Kleinkind wird. Und jetzt am Ende könnt ihr gleich noch das Umstilling sehen. Wer das sehen will, falls es wen interessiert, dann bleibt gerne einfach noch dran. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid wieder einmal bei mir dabei, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge und so weiter. Ihr wisst ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Meghan Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020